Jugendbeteiligung in der Steiermark steht im Fokus der parteiübergreifenden Initiative Alt genug, du's. Durch vielfältige Maßnahmen sollen junge Steirerinnen und Steirer dazu ermutigt werden, sich an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes zu beteiligen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Jugendlandesrat Michael Schickhofer betont, Mir ist es ganz wichtig, dass junge Menschen ihr Lebensumfeld selbst aktiv gestalten. Ich glaube, es ist wirklich enorm wichtig, dass die Jugend ihr Wahlrecht wahrnimmt, weil nur dann werden auch auf Gemeinde, Regionsebene die Interessen der Jugend in ausreichendem Maße wahrgenommen. Zu den Schwerpunkten der Initiative zählen die Jugendbeteiligung und politische Sensibilisierung, sowie die Gemeinderats- und Landtagswahlen 2015. Das umfangreiche Maßnahmenpaket beinhaltet eine Informationsoffensive, eine Wahlkabinentour, Diskussionsmöglichkeiten mit Spitzenpolitikerinnen und Politikern, Beteiligungswerkstätten, ein Planspiel sowie Projektförderung. Schülerinnen des Bundesgymnasium Rhein zeigten großes Interesse, sowohl an der Initiative wie auch an der politischen Mitgestaltung. Ja, ich bin sehr politikinteressiert. Ich finde es wichtig, dass man mitbestimmen kann. Ja, Politik interessiert mich. Man kann dann seine eigene Meinung einbringen und Ideen vorschlagen. Ja, ich finde es sehr gut und sehr wichtig auch, weil Junge auch viel sich aufregen über viele Sachen und wenn sie dann das verändern können, dann ist es sehr gut für mich. Es wird auch sicher was bringen, damit es junge Leute für die Politik interessiert. Weiters appelliert Schick Hofer an die jungen Steirerinnen und Steirer. Viele Generationen haben dafür gekämpft, dass man wählen kann und alle Generationen sollten ihr Wahlrecht auch ausüben.